Wenn das alles so erfolgreich ist, warum musst du das mit dieser Firma dann überhaupt noch machen und bist nicht einfach immer im Urlaub und handelst für dich privat, anstatt das an andere weiterzugeben? Das war eine Frage letzte Woche im Webinar. Letzten Sonntag haben wir ein Webinar gemacht. Es war ein wirklich tolles Webinar. Wir haben über zwei Stunden lang Content gemacht, haben viele Fragen beantwortet. Es waren über 2000 Teilnehmer im Webinar und da kam unter anderem diese Frage. Ich habe diese Frage, über die ich mich wirklich sehr gefreut habe, schon im Webinar beantwortet. Weil die aber so wichtig ist und weil ich weiß ganz genau, dass da viele da draußen sind, die sich das fragen. Wenn das doch so toll ist, wenn ihr doch so viel Geld an der Börse macht, warum macht ihr denn noch Seminare und warum macht ihr denn das noch und wieso dann immer Werbung für Kunden und so weiter? Das ist auch eine berechtigte Frage und deswegen will ich mal hier heute mit euch über diesen Punkt sprechen. Komischerweise wird da immer so getan, als wäre das was Geheimes oder was Besonderes. Das ist aber überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale Frage. Ich verstehe auch den Hintergrund, warum man das fragt. Denn wenn einer immer sagt, so wie ich, hey Börse, da kannst du ein regelmäßiges Einkommen erzielen und da kannst du gut davon leben, dann kann man sich ja schon fragen, Mensch, wenn das so ist, warum machst du denn das noch mit dieser Firma? Ich weiß noch, der erste Satz, den ich auf diese Frage geantwortet habe im Webinar war und da lese ich euch noch mal ganz kurz die Frage vor. Ihr seht, es klappt auch noch ohne Brille. Wenn das alles so erfolgreich ist, warum musst du das mit dieser Firma dann überhaupt noch machen? Das ist der erste Denkfehler, den ganz, ganz viele haben. Nämlich, dass man als Unternehmer und ich bin seit meinem 19. Lebensjahr Unternehmer. Ich habe mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht. Da war ich damals Handelsvertreter. Das heißt, niemand hat mir ein festes Gehalt bezahlt. Ich habe ausschließlich immer von dem gelebt, was ich mir erarbeitet habe. Deswegen kann ich da schon auf ein paar Jahre zurückschauen. Diese Frage, warum musst du das noch machen? Also müssen tue ich gar nichts. Es gibt ja so einen schönen Spruch. Das Einzige, was man muss, ist Steuern zahlen und sterben. Beim Steuern zahlen gibt es Wege. Aber Spaß beiseite. Warum muss ich das machen? Ich muss das nicht machen. Das ist wirklich der Antrieb, den viele Unternehmer in sich spüren, dass man das machen möchte. Überleg dir Folgendes. Ich nehme mal ein ganz, ganz extremes Beispiel. Stell dir vor, du wärst Multimillionär. Du hättest vielleicht 10 Millionen Euro auf dem Konto oder 20 Millionen. Jetzt ganz ehrlich, würdest du das, was du jetzt machst, noch machen? Überleg mal ganz kurz. Wenn du sagst, nein, dann kann ich das total verstehen. Warum? Es gibt Untersuchungen, dass ca. 80% der Menschen mit dem, was sie tagtäglich tun in ihrem Job, in ihrem Beruf, nicht zufrieden sind. Die sind nicht glücklich dabei. Jetzt gebe ich dir ein anderes Beispiel. Wir nehmen einen, den ihr alle kennt, und zwar Warren Buffett. Warren Buffett ist einerseits 93 Jahre alt. Das heißt also, der müsste schon mal nicht mehr vom Alter her. Der hat das Renteneintrittsalter erreicht. Auf der anderen Seite weißt du, der hat etwas über 100 Milliarden Dollar. Selbst wenn das nur in seinen Aktien steckt, aber gehen wir mal davon aus, der hat auch 1-2 Milliarden Flüssig. Der müsste das auch vom Geld her nicht mehr machen. Nichtsdestotrotz ist dieser Mann immer noch CEO, also quasi der Chef seiner eigenen Firma und fährt von Montag bis Freitag ins Büro und macht das, was er seit über 60 Jahren macht. Jetzt frage ich dich, glaubst du, dass er das machen muss? Muss der Geld verdienen? Dem kann man ja nun definitiv nicht in Abrede stellen, dass er erfolgreich ist. Aber warum macht er das? Naja, er macht das natürlich, weil es ihm Spaß macht. Und wir können jemand anderen noch nehmen. Beispielsweise nehmen wir mal einen, der momentan in der Nahrungskette ganz oben steht, nämlich Elon Musk. Elon Musk besitzt, glaub ich, so 280 Milliarden. Der ist, glaub ich, ein Jahr älter als ich. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und der müsste ja auch nichts mehr machen. Nichtsdestotrotz holt er sich eine Sache nach der anderen rein. Also nicht nur, dass ihm Tesla gehören würde oder dass ihm SpaceX gehören würde, dass er The Boring Company, Starlink und keine Ahnung, was ich jetzt alles noch vergessen habe. Nein, dann fängt er auch noch an und kauft letztes Jahr auch noch Twitter. Und warum machen solche Leute das und warum mache ich das auch? Und der ganz einfache Grund ist, dass das, was ich mache und ich habe da ein großes Privileg und ich habe da ein großes Glück, weil mir das Freude macht. Ich habe echt Spaß daran. Also ich sitze jetzt hier und nehme ein Video auf und rede mit euch. Und soll ich euch was sagen? Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen oder manche können sich das nicht vorstellen. Ich habe da Spaß dran. Ich mache das total gern. Und unsere Academy, die Jens-Rabe-Academy, die ist der Teil unserer Unternehmensgruppe. Also wie gesagt, ich habe die Firma 2006 gegründet, war vorher Handelsvertreter die ganzen Jahre. Und 2006 habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig und das war dann der Vorläufer der Jens-Rabe, der heutigen Jens-Rabe-Academy, der Rabe-Unternehmensgruppe. Und in dieser Unternehmensgruppe gibt es ja einmal die Jens-Rabe-Academy. Das ist das, wo du mich kennst, wo wir Ausbildungen anbieten, Trainings anbieten, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, jeder ist sein bester Vermögensverwalter, jeder selbst. Also du brauchst nicht zur Bank zu gehen, du brauchst nicht zum Vermögensverwalter zu gehen, du brauchst keinen Fondsmanager. Nur du allein kannst dein Geld am allerbesten anlegen, weil du als einziger keinen Interessenkonflikt hast. Und in dieser Unternehmensgruppe, und du kannst gerne ins Handelsregister schauen, du kannst gerne bei Norddata nachschauen. Also es ist ja alles öffentlich. Wer will, guck da einfach mal nach. Da siehst du, da sind auch noch ein paar andere Firmen drin. Da ist eine Immobilienfirma drin, da ist eine Vertriebsfirma drin. Ich habe eine Beteiligung an einer Biotech-Firma, die ich letztes Jahr gekauft habe. Ich bin nach Dubai gekommen. Ich bin im August 2021 nach Dubai gezogen. Und was habe ich nach kurzer Zeit ja gemacht? Ich habe auch hier wieder eine Firma gegründet. Und das machst du nicht, weil du es musst, sondern weil du Spaß daran hast. Weil das, was ich tue, mir macht das Spaß. Also, als ich meine Firma gegründet habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, damals mit 19, da ging es nicht um Spaß. Da ging es nur darum, Geld zu machen. Ich wollte halt besser leben als mit einem Angestelltenjob. Und das war eben für mich damals, wie kannst du dich am besten bezahlen lassen? Wenn du eben Zeit gegen Geld tauschst, ganz normaler Angestellter, dann bist du eben nach oben irgendwo limitiert. Und ich wollte nicht, ich wollte keine Limitierung haben. Also ich habe gesagt, okay, muss ich irgendwie mein Talent, irgendwas, was ich kann, eben an den Markt bringen. Und im Laufe der Zeit, es sind ja jetzt ein paar Jahre vergangen, hat sich herausgestellt, dass ich ein paar Sachen ganz gut kann. Eine der Sachen ist, ich kann komplizierte Dinge relativ gut erklären. Und die andere Sache ist, ich bin und liebe es zu verkaufen. Ich bin Verkäufer, ich liebe es zu verkaufen. Das heißt, mir macht es wirklich Freude, wenn du zu mir ins Training kommst. Der monetäre Erfolg, den man dadurch hat, ist am Anfang extrem wichtig, weil das motiviert dich. Du hast ja bestimmte Wünsche, Träume, du möchtest dir irgendwelche materiellen Dinge erfüllen. Aber ab einem bestimmten Punkt ist das dann nicht mehr der allerwichtigste Punkt. Glaubt übrigens nicht, wenn jemand sagt, das spielt keine Rolle mehr. Natürlich spielt das immer noch eine Rolle. Und es ist auch gut so, dass es eine Rolle spielt. Man hat jetzt nicht mehr so den Drang, wo man sagt, ich muss mir noch eine Uhr kaufen, noch ein Auto kaufen und noch eine Immobilie kaufen und noch die, keine Ahnung. Also das ist dann nicht mehr so der Punkt. Aber es gibt natürlich immer noch Sachen, wo man sagt, es ist schön, wenn man das so machen kann. Also keine Angst zu haben, in Rechnung kommen. Immer zu sagen können, okay, meine Familie ist immer safe, egal was passiert. Wenn morgen was passiert und eine Behandlung in Amerika kostet 500.000 Euro. Okay, zur Bank, hier Geld, auf geht's. Das ist schon schön. Aber der eigentliche Punkt ist, und deswegen freue ich mich auch, wenn du ins Training zu uns kommst, ist, dass ich mittlerweile extrem viel Spaß daran habe, zu sehen, wie Menschen erfolgreich werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Webinar sehe wie letzte Woche, wo eben, wie gesagt, über 2.000 Menschen dabei sind und ich weiß, von diesen 2.000 Menschen entschließen sich hinterher vielleicht 200, 250 zu uns in die Academy zu kommen. Dann ist das für uns natürlich auf der einen Seite ein monetärer Erfolg. Auf der anderen Seite ist das aber auch etwas, wo ich weiß, in einem Jahr werde ich von den 250 vielleicht 220 Menschen enorm nach vorne gebracht haben. Vielleicht 230. Haben die alle dann das gleiche Ergebnis? Nein. Haben die dann alle den gleichen Gewinn? Nein. Sind das dann alles Berufshändler? Nein. Aber ich weiß, dass sie alle besser sein werden als vorher. Das bekommen wir natürlich auch als Feedback zurück. Das heißt, wir haben unglaublich viele Feedbacks von unseren Kunden. Wir haben, glaube ich, 57 Trustpilot-Bewertungen. Jetzt glaubt ihr nicht, dass die alle gefakt sind. Das sind wirklich ehrliche Erfahrungen von Kunden. Wir veranstalten jetzt in Düsseldorf ein Kundentreffen für Kunden, die schon ein bisschen länger bei uns sind. Da kommen über 100 Kunden. Das kostet nichts. Das machen wir so, weil wir uns gerne mit unseren Kunden treffen und weil wir denen etwas Besonderes bieten wollen. Ich habe das zum ersten Mal zum ersten Mal gesagt. Das darf ich mal hier auf YouTube sagen. Wir werden dieses Jahr mit einigen Kunden nach Amerika fliegen und werden zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway gehen in Omaha. Wenn ich sage, einige Kunden, rede ich nicht von fünf, auch nicht von zehn, auch nicht von zwanzig, sondern von sechzig. Das heißt, sowas macht halt Spaß. Derjenige, der das gefragt hat, hat geschrieben, warum bist du nicht einfach immer im Urlaub und handelst für dich privat, anstatt das an andere weiterzugeben. Das private Handeln, so wie wir es machen, ist kein großer Aufwand. Meine Handelsaktivität umfasst vielleicht am Tag eine Stunde. Es gibt auch mal Tage, da brauchst du mal drei, aber es gibt auch mal Tage, da machst du gar nichts. Aber ich würde sagen, im Schnitt brauche ich ungefähr eine Stunde. Könnte ich davon leben? Könnte ich. Ich könnte sehr gut davon leben. Mir würde es trotzdem gut gehen und ich glaube, meine Familie würde in ihrem Lebensstandort überhaupt keinen Unterschied spüren. Das Ding ist aber, was machst du denn den ganzen Tag? Ich bin 52 Jahre alt, ich bin gesund, ich bin fit und da setze ich mich doch nicht den ganzen Tag an den Strand und mache nichts mehr. Das ist einfach boring. Das ist langweilig. Es gibt wahrscheinlich viele von euch, die sagen, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich etwas anderes machen. Das glaube ich dir auch. Das Ding ist aber, ich habe keinen Bock auf etwas anderes. Das, was ich jetzt mache, macht mir Spaß. Mir macht es Spaß, mit meinem Team zu sprechen. Mir macht es Spaß, mit unseren Kunden zu sprechen. Mir macht es Spaß, Live-Calls zu machen. Ich mache immer noch jede Woche zwei Live-Calls mit unseren Kunden. Wir haben sieben Live-Calls die Woche in allen unseren Trainings. Zwei davon mache ich persönlich, weil mir das einfach wichtig ist, weil ich erstens wissen will, was haben die Kunden für Probleme, was haben sie für Fragen, wie können wir unseren Service verbessern. Auf der anderen Seite macht es total Spaß. Es gibt viel Feedback, da kommen wahnsinnig viele Anregungen. Wir machen viele Veranstaltungen mit unseren Kunden, Webinare, interne Webinare, die du draußen nie siehst und die wir intern machen. Es macht einfach Spaß. Ich gehe in der Woche dreimal ins Büro ungefähr. Den Rest mache ich vom Homeoffice. Ich darf jetzt auch Homeoffice machen. Nein, das mache ich von zu Hause. Dreimal in der Woche bin ich im Büro und ich gehe zweimal in der Woche abends um neun oder um zehn nach Hause. Das ist doch nicht, weil ich es machen muss, sondern weil ich Lust darauf habe, weil ich Spaß daran habe. Das ist eine super Frage. Wer auch immer das gestellt hat, ich habe es leider nicht gesehen, weil mein Team hat mir die Fragen in eine extra Seite reinkopiert und ich habe nicht gesehen, wer es gefragt hat. Aber wenn du derjenige warst, der gerade zuschaut, Daumen hoch, hast du super gefragt. Das Ding ist aber einfach, ihr müsst immer versuchen, ab einem bestimmten Alter solltet ihr nur noch Dinge machen, die euch Spaß machen. Wenn jemand sagt, du darfst nur Dinge machen, die dir Spaß machen, dann stimmt das nicht. Wenn du in einer Situation bist, wo du finanziell noch nicht so gut aufgestellt bist, dann musst du alles machen, um Geld zu verdienen. Es ist völlig egal, was du da machst. Wenn du sagst, du gehst nachts noch als Nebenjob irgendwo Teller spülen oder machst den Nachbarstar, dann ist es egal. Hauptsache Geld kommt rein. Aber ich kenne ganz viele Menschen auch, die müssten das, was sie tun, wirklich nicht mehr machen, weil sie gar keine Lust mehr darauf haben. Wir haben ganz viele Unternehmer dabei, die dann zu uns kommen und sagen, ich will etwas anderes machen, ich will Börse machen, aber ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr auf die Firma, ich habe keinen Bock mehr auf die Leute, ich habe keinen Bock mehr auf die Regierung, auf die Steuern, auf die Regulierung habe ich keinen Bock mehr. Oder umgekehrt, wir haben auch ganz viele Arbeitnehmer. Wir haben deutlich mehr Arbeitnehmer als selbstständige, als Kunden. Da gibt es auch ganz viele, die sagen, mir macht mein Beruf keinen Spaß mehr. Ich habe das mal angefangen, damals hat es Spaß gemacht, aber es hat sich viel verändert und deswegen macht mir das jetzt keinen Spaß mehr. Deswegen will ich jetzt etwas anderes machen. Deswegen nutzen diese Menschen dann die Möglichkeit, zu sagen, ich weiß, ich kann mir an der Börse ein zusätzliches Einkommen aufbauen, ich kann mir vielleicht sogar ein hauptberufliches Einkommen aufbauen im Laufe der Zeit, und dann kann ich wirklich das machen, was mir Spaß macht. Solange das so ist, werde ich das auch so machen. Das heißt, solange ich jeden früh aufstehe und Lust auf das habe, was ich machen will oder was ich gerade tue, werde ich das auch machen. Vielleicht kommt eines Tages mal der Punkt, dass ich sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber ich glaube das mal noch nicht, denn ich habe ja auch in meinem persönlichen Umfeld eine Menge Menschen, die viele Jahre jetzt schon Börse machen und die finanziell viel, viel weiter sind als ich. Also da trennen uns wirklich Welten. Also ich kenne Menschen, die dreistellige Millionenzahlen haben. Oder nimm dir mal her, hatten wir ja schon mal im Interview, mein Nachbar Mark Mobius, Fondsmanager, der ist 86 Jahre alt. Wenn ich mich mit dem unterhalte, wenn er mal da ist, weil der reist nämlich permanent durch die Welt und schaut sich irgendwo immer irgendwelche Sachen an, weil er sich für irgendwelche Anlagen interessiert, weil er sich irgendwie für Börsen interessiert, der hat eben auch das gefunden, was er liebt, was ihm Spaß macht. Und wenn ich zudem sagen würde, hey, warum machst denn du das noch? Du lebst hier in Dubai, du hast ein großes Vermögen, du kannst doch jeden Tag an den Strand gehen. Da würde der mich anschauen und sagen würde, was stimmt mit dir nicht? Und das ist glaube ich so etwas, was mich und viele andere von anderen unterscheidet. Nämlich, dass wir Bock haben auf das, was wir machen und deswegen werden wir da auch nicht aufhören. Und das ist jetzt die gute Nachricht für dich. Also wenn du jetzt sagst, hey, du guckst hier auf YouTube weiter zu, geh davon aus, wir machen das noch ein bisschen. Und wenn du sagst, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, Jens, ich will mit deinem Team zusammenarbeiten, ich will mit dir auch mal persönlich zusammenarbeiten, dann kannst du dich bei mir melden und es wird noch viele, viele Jahre dauern, bis du eines Tages von mir hörst. So, das ist das letzte Video heute und das ist das letzte Mal, dass wir Kunden annehmen. Also das wird noch viele Jahre dauern, kannst dich darauf verlassen und ich freue mich, wenn du bei uns im Training bist. In diesem Sinne, schönen Sonntag, genießt eure Zeit, genießt das, was euch Spaß macht und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne macht. Macht ihr das, was ihr gerade beruflich macht, wirklich gerne? Macht das nur, weil ihr Geld verdienen müsst? Wie gesagt, das ist vollkommen okay, solange es noch sein muss. Aber wenn ihr eigentlich finanziell so seid und sagt, ich könnte auch was anderes machen, dann solltet ihr euch überlegen, mach etwas, was dir Spaß macht. Da ist gar nicht so entscheidend, ob das finanziell erfolgreich ist oder nicht. Ironischerweise ist es oftmals so, wenn man was macht, was man gerne macht, dann läuft es meistens auch finanziell gut. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.